Die 20-jährige Holly Dunn studiert im dritten Jahr an der Universität von Kentucky. Zum ersten Mal wohnt sie weit weg von zu Hause. Hier trifft sie Chris Meyer. Chris Meyer war ein sehr guter Freund. Er war der netteste, freundlichste Mann. Also haben wir uns entschieden, mehr als nur Freunde zu sein und fingen an, miteinander auszugehen. Chris und ich waren auf einer Party. Irgendwann hatten wir aber keine Lust mehr und gingen an den Bahnschienen spazieren. Wir haben uns hingesetzt, eine Weile unterhalten. Und als wir gehen wollten, taffte ein Mann auf. Er hat Chris mit einer Waffe bedroht. Es war eine Art Eispickel oder Schraubenzieher, irgendetwas Schwitzes. Ich glaube, unser erster Gedanke war, er will uns ausrauben. Wir dachten, okay, nimm alles, unsere Kreditkarten, Bankkarten. Du kannst unser Auto haben. Dann hat er Chris die Hände gefesselt. Er kam zu mir rüber, hat mir den Gürtel ausgezogen und fesselte auch mir die Hände. Das war der Punkt, als ich anfing zu begreifen, okay, dieser Mann will uns nicht ausrauben. Er packt Chris am Shirt und zieht ihn mit sich. Ich kann es in Chris' Gesicht sehen, dass es ihm wehtut, als er über den Schotter in ein Loch neben den Bahnschienen geschleppt wird. Ich sollte auf den Knien folgen. Wir mussten uns in ein Loch legen. Ich habe ihn die ganze Zeit angestarrt. Ich habe mir sein Gesicht eingeprägt, richtig eingeprägt. Er hatte ein Tattoo auf dem Arm und Narben. Ich merke mir deine Narben. Dein Gesicht vergesse ich nicht. Nie werde ich es vergessen, denn wenn ich das hier überlebe, werde ich dich kriegen. Das Letzte, was Chris zu mir gesagt hat, war, es wird alles gut. Vier Stunden später in der Universitätsklinik kämpft Holly dann um ihr Leben. Sie wurde vergewaltigt, geschlagen und den Tod überlassen. Ich hatte einen gebrochenen Kiefer, eine zertrümmerte Augenhöhle und überall Schnittwunden. Die Wunden am Hinterkopf waren so tief, dass sie getackert werden mussten. Es wurde allen gesagt, sie dürfen nicht mit mir über Chris sprechen. Ich sagte, Chris ist tot, nicht wahr? Mein Vater war derjenige, der mir sagte, ja, er ist tot. Polizisten aus Lexington besuchen Holly im Krankenhaus. Sie ist noch schwach und traumatisiert, beschreibt aber ihren Angreifer so detailliert, dass ein Phantombild angefertigt werden kann. Sie gibt an, dass er mit einem mexikanischen Akzent gesprochen hat. DNS-Spuren der Vergewaltigung werden in die internationale Datenbank eingegeben, liefern aber keine Treffer. Ein Jahr später und tausend Meilen entfernt. Ein paar Tage vor Weihnachten in Houston, Texas. Die 39-jährige zweifache Mutter, Dr. Claudia Benton, schläft in ihrem Bett. Sie hatte geschlafen. Er konnte in die Wohnung eindringen und nahm eine Bronzefigur, die auf den Kamin-Sims im Wohnzimmer stand. Er hat sie brutal zusammengeschlagen. Allein die Schädelbrüche hätten sie getötet, aber er hat sie danach noch dreimal mit einem großen Fleischermesser in den Rücken gestochen. Während sie starb, wurde Dr. Benton vergewaltigt. Ihr Haus befand sich direkt an den Bandschienen. Als ich in dem Haus stand, fuhr ein Zug vorbei. Ich konnte kaum denken, so laut war es, aber dann fiel mir ein und ich dachte mir, was für eine perfekte Tarnung für einen Einbruch. Dieses Mal werden sowohl Fingerabdrücke als auch DNS am Tatort gefunden. Die Abdrücke sind identisch mit denen vom vorbestraften Täter Rafael Resendiz Ramirez. Doch die Ermittler finden heraus, dass dieser Name nur einer von vielen Erfundenen ist. In Wirklichkeit heißt der Angel Madrino Resendiz, ein umherziehender Mexikaner, dessen Karriere als Verbrecher vor 20 Jahren begann. Er wurde zum ersten Mal mit 16 oder 17 verhaftet. Seit 1995 ging er dem FBI das erste Mal in Kalifornien ins Netz, denn er wurde damals in der Nähe eines Bahnhofs mit einer Pistole geschnappt. Zu diesem Zeitpunkt verbindet keiner den Mord an Claudia Benton mit dem Angriff auf Holly Dunn und Chris Mayer in Kentucky. Einige Monate später wird erneut jemand ermordet. Dieses Mal in der kleinen Eisenbahnstadt Weimar, Texas, 90 Meilen von Houston. In ihrem Bett werden die Leichen von Pastor Norman Sernick und seiner Frau Karen gefunden. Während sie schliefen, wurden sie mit einem Vorschlaghammer erschlagen. Karen wurde sexuell belästigt. Der Fall wird der Harris County Staatsanwältin Devin Anderson zugeteilt. Sie studierte seine Tatorte und die Abläufe genau. Es ist kein Zufall, dass seine Opfer geschlafen haben, als sie attackiert wurden. Er beobachtete sie, wartete, bis sie eingeschlafen waren, drang in ihr Haus ein und hat sie erschlagen, ehe sie aufwachen konnten. Ich dachte, wir müssen diesen Typen schnappen. Wie Claudia Benton wohnten auch Norman und Karen Sernick direkt an den Bandschienen. Die Ermittler glauben nicht an einen Zufall. Nach ähnlichen Verbrechen suchend kontaktieren sie andere Polizeidienststellen und bekommen sofort einen Anruf aus Kentucky. Die DNS vom Angriff auf Holly Dunn und Chris Meyer stimmt mit der von den Morden in Texas überein. Dies ist ein entscheidender Durchbruch. Mit vier Morden in zwei Bundesstaaten wird den Ermittlern klar, dass sie es mit einem außerordentlich mobilen Serienkiller zu tun haben. Das war der Punkt, an dem wir wussten, diese Person hatte schon getötet und würde auch nicht aufhören. Anhand der DNS, Fingerabdrücke und Täterbeschreibung von Holly Dunn ist die Polizei sicher, Resendis ist der Killer. Er ist sehr gefährlich, sehr gefährlich und sehr gewalttätig. Wir müssen ihn schnappen. Das FBI, die Texas Ranger und die Polizei von Texas gehen mit vereinten Kräften auf die Jagd. Sie vermuten, dass sich Resendis in Güterzügen versteckt hält, um nicht entdeckt zu werden und so nach jedem brutalen Mord zum nächsten reist. Er konnte überall sein. Er konnte in Kanada sein oder warum nicht wieder in Mexiko. Wir hatten keinen blassen Schimmer. Wir hatten berittene Polizei. Wir hatten Hubschrauber in der Luft. Sie haben alle Depots und vorbeifahrende Güterzüge durchsucht. Wenn irgendwelche Leute entdeckt wurden, wurde der Zug auch sofort angehalten. Die Suche nach Resendis ist besonders schwierig, denn er verändert ständig sein Aussehen. Jeder hatte Angst. Die Leute sahen ihn überall. Nur einen Monat nach dem Mord an den Cernics werden 90 Meilen voneinander entfernt zwei Menschen am gleichen Tag getötet. In einer Wohnung in Houston nahe den Bandschienen wird Noemi Dominguez tot aufgefunden. Sie wurde mit einer Kreuzhacke brutal erschlagen. Ihr Killer nimmt ihren Wagen und fährt nach Weimar. Dort tötet er die 73-jährige Josephine Konwitschka mit der gleichen Waffe. Er hat immer weiter getötet. Er hörte nicht auf. Sich mit der Eisenbahn vorzubewegen war genial, denn das kann nicht überwacht werden. Ich meine, es gibt tausende von Zügen und Millionen Meilen von Bahnstrecken in den USA. Nur ein paar Tage später, im tausend Meilen entfernten Illinois, tötet er wieder. Heute geben wir bekannt, dass Rafael Resendez Ramirez jetzt auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher des FBI steht. Es sind nur zwei Jahre vergangen seit dem ersten Mord. Die Ermittler haben immer noch keine Idee, wo sich Resendez befindet oder ob er noch im Lande ist. Damals fühlte ich mich sehr hilflos. Ich dachte immer, wenn man bereit ist, entweder in einem Zug oder im Freien zu schlafen, kann man lange unauffindbar bleiben. Ich glaubte nicht mehr daran, dass wir ihn jemals fassen würden. Doch im Juni 1999 gelingt den Ermittlern ein sensationeller Durchbruch. Resendez hat eine Schwester, die in Amerika lebt. Sie versuchen, sie zu überzeugen, ihn dazu zu bringen, sich zu stellen. Man bietet dem Killer einen Deal an, Familienbesuchsrechte im Gefängnis und eine psychologische Untersuchung. Erstaunlicherweise geht Resendez darauf ein und kommt aus Mexiko, wo er sich versteckt hielt, zurück nach Texas. Dort wird er am 13. Juli verhaftet. Die Entscheidung, sich zu stellen, war freiwillig und der Wunsch seiner Familie. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so erleichtert und werde es wohl nie wieder sein. Gott sei Dank. Als Holly dann die Festnahme ihres Angreifers in den Nachrichten sieht, kehren die Erinnerungen zurück. Es war die reinste Erleichterung für mich, aber ich hatte immer noch Angst. Da er sich gestellt hatte, würde es schließlich bedeuten, ich müsste ihm jetzt wieder gegenübertreten. Bei seiner Festnahme wird Resendez mit sechs Morden in Texas, zwei in Illinois und einem Mord in Kentucky in Verbindung gebracht. Bei der Anklageverlesung im Gerichtssaal von Harris County in Houston, Texas, steht Staatsanwältin Devin Anderson dem Railroad-Killer zum ersten Mal gegenüber. Er war an Händen und Füßen gefesselt. Er war ungefähr 1,65 Meter groß. Nicht gerade ein Riese, aber seine Unterarme waren sehr muskulös. Er war sehr beängstigend. Obwohl er klein war, spürte man, wie gefährlich er war. Er war sehr gefährlich. Er sah aus wie ein wildes Tier, das gefangen wurde. Wegen der starken forensischen Beweise, die Resendez mit dem Mord an Claudia Benton in Verbindung bringen, konzentriert sich die Staatsanwaltschaft komplett auf diesen Mordfall. Wenn sie Erfolg haben, könnte allein das reichen, die Todesstrafe zu erreichen. Können wir das hier schnell hinter uns bringen, damit ich mich schuldig bekennen kann? Na gut. Resendez bekennt sich schuldig des Mordes an Dr. Benton. Von nun an hängt der Prozess von einer Frage ab. Ist Resendez böse oder geisteskrank? Seine Verteidigung will beweisen, dass er juristisch gesehen unzurechnungsfähig ist. Wenn es ihnen gelingt, wird er für nicht schuldig erklärt und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dies bedeutet, er könnte sogar eines Tages wieder entlassen werden. Die Strategie der Verteidigung war klar. Der Killer sollte für unzurechnungsfähig erklärt werden. Denn keiner will glauben, dass es normale Menschen gibt, die so etwas tun. Es war also meine größte Sorge, dass die Geschworenen tatsächlich denken könnten, keiner, der bei Sinnen ist, kann so etwas machen. Das Ziel der Staatsanwaltschaft, sie will, dass der Mörder für zurechnungsfähig erklärt wird. Und sie will die Todesstrafe. Resendez mit einer lebenslangen Haftstrafe davon kommen zu lassen, war undenkbar. Genau das wollte er. Ich meine, er hätte es genossen, Briefe an, Freunde zu schreiben, Interviews zu geben und all das. Er hatte es nicht verdient zu leben, nach dem, was er getan hat. Punkt. Er hat so viel Schmerz, Schaden und Terror angerichtet, dass er einfach... Wir durften ihn nicht davon kommen lassen. Das war das ganze Fokus des Trial. Es musste sein. Die Verteidigung beginnt. Es wird das Bild eines geisteskranken Menschen gezeichnet. Die Psychiater bescheinigen Resendez paranoide Schizophrenie, die er sich durch diverse Kopfverletzungen, Drogenmissbrauch und familienbedingte psychische Erkrankungen zugezogen haben soll. Er habe eine wahnhafte Wahrnehmung von der Welt und glaubt, er könne Erdbeben, Überschwemmungen und Explosionen verursachen. Und Gott habe ihm befohlen, seine Opfer zu töten, denn diese Menschen seien böse gewesen. Die Ansichten der Verteidigung basierten auf seinen Gefühlen zur Zeit der Kapitalverbrechen. Wir hingegen mussten beweisen, dass er genau wusste, was er tat und dass es falsch war. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft dran. Sie muss beweisen, dass Resendez nicht unzurechnungsfähig war, sondern ein kaltblütiger Mörder. Um das zu belegen, gehen sie seine Taten detailliert durch. Sie zeigen, wie effektiv er die Eisenbahn genutzt hat, um herumzukommen und einer Festnahme zu entgehen. Sie nehmen an, er habe Gegenstände von seinen Opfern entwendet, um sie verkaufen zu können. Und nicht, um sie als bizarre Trophäen seiner Opfer zu sammeln. Er lebte davon, andere zu bestehlen und die Ware von seiner Frau in Mexiko weiterverkaufen zu lassen. Das war sein Geschäft. Das Töten der Menschen hingegen war privater Genuss. Sie präsentieren Beweise für seine akribische Methode, sorgfältig seine Opfer auszuwählen und sich an sie ranzuschleichen, während sie am leichtesten zu überwältigen sind. Er tötete Noemi Dominguez und fuhr mit ihrem Wagen zu dem Haus von Mrs. Konwitschka. Die Innenbeleuchtung des Autos hatte er ausgeschaltet, damit sie beim Öffnen der Tür nicht angehen würde. Mit so einem hatten wir es zu tun. Er wusste, wie man unauffällig rumschleicht. Das hatte er perfektioniert. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft einen sehr aufschlussreichen Zeugen. Der beste Beweis für seine geistige Gesundheit kam von einem Häftling aus Florida. Der hatte in einer juristischen Bibliothek viel Zeit mit dem Thema Unzurechnungsfähigkeit verbracht. Er hatte damit auch anderen Insassen bei ihren Fällen geholfen. Also für mich war es klar. Die Verteidigung lag daneben. Er war sehr intelligent und kannte sich mit dem Gesetz aus. Er konnte die Verteidigung perfekt zu seinen Zwecken manipulieren. Das Plädoyer der Anklage ist abgeschlossen. Ob es reicht, die Jury von Resendis Schuld am Mord von Dr. Benton zu überzeugen? Oder wird er für nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit befunden? Nach nervenzerreißenden sieben Stunden kommen die Geschworen zu einem Ergebnis. Mr. Resendis, bitte erheben Sie sich. Schuldig wegen Mordes. Die Schuldsprechung war eine große Erleichterung. Vor allem, weil wir jetzt genau offenlegen konnten, was genau er allen seinen Opfern angetan hatte. Es war richtig, alle davon erfahren zu lassen. Die Staatsanwaltschaft will die Todesstrafe. Dafür muss aber Devin Anderson genau beweisen, dass Resendis definitiv alle Morde begangen hat und der Jury zeigen, wie grausam diese Taten gewesen sind. Sie zeigt eine Reihe von brutalen Fotos vom Tatort und lässt die Familien der Opfer aussagen. Die Entscheidung über die Todesstrafe sollte analytisch und unemotional sein. Aber ich wollte, dass sie ihn hassen. Er war ein Monster. Wenn Sie die Beweislage betrachten, sehen Sie, dass er wusste, was er tut. Er entscheidet sich bewusst, dies zu tun. Und er wird nicht aufhören. Wir müssen nicht entscheiden, ob er ein kranker Freak ist. Er ist krank. Er hat ein Problem. Entschuldigt das aber seine moralische Unverantwortlichkeit? Nein. Ich wollte es der Jury klar machen. Wir müssen uns heute mit ihm beschäftigen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Doch es gibt noch eine Zeugin, die aussagen muss. Drei Jahre nach ihrem Angriff ist Holly Dunn an der Reihe, als einzig überlebendes Opfer gegen ihn auszusagen. Ich war mit meiner Familie im Hotel in Houston, als ich schreiend aufwachte. Ich hatte solche Angst, ihn wiederzusehen. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in einer Art Wartezimmer saß. Ich war kurz davor, den Gerichtssaal zu betreten, als Devin zu mir kam. Ich bin zu ihr gegangen und fragte, ob sie bereit sei. Sie sagte ja. Also meinte ich, er wird da drin sein und dich anstarren. Aber schau ihn nicht an. Sieh nur mich an, bis ich dich bitte, ihn anzuschauen. Sie sagte okay. Also habe ich sie umarmt, ging in den Saal zurück und habe sie reingebeten. Als ich in den Gerichtssaal reinkam, setzte ich mich in den Zeugenstand. Ich habe ihn nicht angeguckt. Ich schaute nur Devin an, und zwar die ganze Zeit während meiner Aussage. Ich kann mich an die erste Frage erinnern, die mir Devin gestellt hat. Was haben Sie letztes Wochenende gemacht? Stolz und erfreut sagte ich, ich habe meinen College-Abschluss gemacht. Wissen Sie, damit sagte ich ihm, du hast mich nicht zerstört. Ich habe es geschafft. Und dann erzählte ich von jener Nacht. Oli erzählte Jiri die ganze Geschichte von der Nacht an den Bandschienen. Chris hatte mir gesagt, ich solle weglaufen, aber ich konnte meine Beine nicht befreien. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis unser Angreifer mit dem Stein zurückkam. Es gab keine Warnung. Er lässt den Stein auf Chris' Kopf fallen. Und ich denke, was ist passiert? Ich meine, wie ist das? Was? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Als wäre ein Schalter bei mir umgelegt worden. Ich habe nur noch ans Überleben gedacht. Ich wusste, er würde mich töten, also dachte ich, ich werde kämpfen. Er hat die Fesseln an meinen Füßen gelöst und stieg auf mich. Ich fing an zu schreien und um mich zu treten, aber mit dem Messer oder Eispickel in seiner Hand hat er mir gesagt, schau, wie einfach ich dich töten kann. Dann war ich still. Und er hat mich vergewaltigt. Resendis hatte nicht vor, eine Zeugin leben zu lassen. Er hat mich fünf oder sechs Mal ins Gesicht geschlagen. Um mich zu schützen, drehte ich mich um. Dann hat er mir fünf oder sechs Mal auf den Hinterkopf geschlagen. Er hat hart zugeschlagen. Er wollte mich töten. Ich lag einfach da und er dachte, ich sei tot. Ich lag so lange dort, dass er gedacht haben muss, ich sei tot. Ich war so stolz auf sie. Sie hat geweint und war sehr emotional. Aber sie hat es geschafft, alles zu berichten. Sie war tapfer. Die Geschworenen haben geweint. Devin hat geweint. Nun bereitet Staatsanwältin Devin Anderson ihre letzte Frage vor. Dieser Moment war ausschlaggebend für alles, was bisher geschah. Es war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ich wollte, dass er zumindest mit einem seiner Opfer konfrontiert wird. Dann fragten sie mich, ob ich ihnen sagen könne, was er gerade anhat. In dem Moment wusste ich, dass ich ihn anschauen musste. Ich schaute zu ihm rüber und sagte, er trägt eine Krawatte, ein Hemd mit Knöpfen. Und während ich ihn beschreibe, wird alles stumpf. Mir wird heiß und ich fühle mich, als würde ich in Ohnmacht fallen. Sie schaute ihm in die Augen und hat ihn identifiziert. Es war ein großartiger Moment. Es war wirklich toll. Denn sie hat ihn im Auftrag von allen Opfern und Anwesenden im Saal als Täter identifiziert. Sie durfte es machen und sie war großartig. Wissen Sie, ich habe ihn gesehen und sein Gesicht war emotionslos. Er grinste. Ich bin anschließend zusammengebrochen und sie mussten mich raustragen. Ich war emotional am Ende. In diesem Prozess habe ich alles gegeben, was in mir steckt. Resendis wird zum Tode verurteilt. 2006, als sein letztes Gnadengesuch abgelehnt wird, wird er durch die Giftspritze hingerichtet. Heute leitet Holly Dunn das Hollys House, eine Organisation, die Opfern von Gewaltverbrechen hilft. Ich muss für immer mit dem leben, was passiert ist. Aber ich lasse mich nicht darauf reduzieren. Ich lebe weiter. Für alle seine Opfer und vor allem für Chris. Ich bin der Beweis, dass die Opfer stärker sind als Resendis selbst. Ich habe eine zweite Chance bekommen und ich will sie nutzen. Ich hatte einen gebrochenen Kiefer, eine zertrümmerte Augenhöhle und überall Schnittwunden. Die Wunden am Hinterkopf waren so tief, dass sie getackert werden mussten. Es wurde allen gesagt, sie dürfen nicht mit mir über Chris sprechen. Ich sagte, Chris ist tot, nicht wahr? Mein Vater war derjenige, der mir sagte, ja, er ist tot. Polizisten aus Lexington besuchen Holly im Krankenhaus. Sie ist noch schwach und traumatisiert, beschreibt aber ihren Angreifer so detailliert, dass ein Phantomwild angefertigt werden kann. Sie gibt an, dass er mit einem mexikanischen Akzent gesprochen hat. DNS-Spuren der Vergewaltigung werden in die internationale Datenbank eingegeben, liefern aber keine Treffer. Ein Jahr später und tausend Meilen entfernt. Ein paar Tage vor Weihnachten in Houston, Texas. Die 39-jährige zweifache Mutter, Dr. Claudia Benton, schläft in ihrem Bett. Sie hatte geschlafen. Er konnte in die Wohnung eindringen und nahm eine Bronzefigur, die auf den Kamin-Sims im Wohnzimmer stand. Er hat sie brutal zusammengeschlagen. Allein die Schädelbrüche hätten sie getötet, aber er hat sie danach noch dreimal mit einem großen Fleischermesser in den Rücken gestochen. Während sie starb, wurde Dr. Benton vergewaltigt. Ihr Haus befand sich direkt an den Bahnschienen. Als ich in dem Haus stand, fuhr ein Zug vorbei. Ich konnte kaum denken, so laut war es, aber dann fiel mir ein und ich dachte mir, was für eine perfekte Tarnung für einen Einbruch. Dieses Mal werden sowohl Fingerabdrücke als auch DNS am Tatort gefunden. Die Abdrücke sind identisch mit denen vom vorbestraften Täter Rafael Resendiz Ramirez. Doch die Ermittler finden heraus, dass dieser Name nur einer von vielen Erfundenen ist. In Wirklichkeit heißt der Angel Maturino Resendiz, ein umherziehender Mexikaner, dessen Karriere als Verbrecher vor 20 Jahren begann. Er wurde zum ersten Mal mit 16 oder 17 verabschiedet. Die 20-jährige Holly Dunn studiert im dritten Jahr an der Universität von Kentucky. Zum ersten Mal wohnt sie weit weg von zu Hause. Hier trifft sie Chris Meyer. Chris Meyer war ein sehr guter Freund. Er war der netteste, freundlichste Mann. Also haben wir uns entschieden, mehr als nur Freunde zu sein und fingen an, miteinander auszugehen. Chris und ich waren auf einer Party. Irgendwann hatten wir aber keine Lust mehr und gingen an den Bahnschienen spazieren. Wir haben uns hingesetzt, eine Weile unterhalten. Und als wir gehen wollten, trafte ein Mann auf. Er hat Chris mit einer Waffe bedroht. Es war eine Art Eispickel oder Schraubentier. Irgendetwas Spitzes. Ich glaube, unser erster Gedanke war, er will uns ausrauben. Wir dachten, okay, nimm alles. Unsere Kreditkarten, Bankkarten. Du kannst unser Auto haben. Dann hat er Chris die Hände gefesselt. Er kam zu mir rüber, hat mir den Gürtel ausgezogen und fesselte auch mir die Hände. Das war der Punkt, als ich anfing zu begreifen, okay, dieser Mann will uns nicht ausrauben. Er packt Chris am Shirt und zieht ihn mit sich. Ich kann es in Chris' Gesicht sehen, dass es ihm wehtut, als er über den Schotter in ein Loch neben den Bahnschienen geschleppt wird. Ich sollte auf den Knien folgen. Wir mussten uns in ein Loch legen. Ich habe ihn die ganze Zeit angestarrt. Ich habe mir sein Gesicht eingeprägt, richtig eingeprägt. Er hatte ein Tattoo auf dem Arm und Narben. Ich merke mir deine Narben. Dein Gesicht vergesse ich nicht. Nie werde ich es vergessen, denn wenn ich das hier überlebe, werde ich dich kriegen. Das Letzte, was Chris zu mir gesagt hat, war, es wird alles gut. Vier Stunden später in der Universitätsklinik kämpft Holly dann um ihr Leben. Sie wurde vergewaltigt, geschlagen und... Er war an Händen und Füßen gefesselt. Er war ungefähr 1,65 Meter groß. Nicht gerade ein Riese, aber seine Unterarme waren sehr muskulös. Er war sehr beängstigend. Obwohl er klein war, spürte man, wie gefährlich er war. Er war sehr gefährlich. Er sah aus wie ein wildes Tier, das gefangen wurde. Wegen der starken forensischen Beweise, die Resendis mit dem Mord an Claudia Benton in Verbindung bringen, konzentriert sich die Staatsanwaltschaft komplett auf diesen Mordfall. Wenn sie Erfolg haben, könnte allein das reichen, die Todesstrafe zu erreichen. Können wir das hier schnell hinter uns bringen, damit ich mich schuldig bekennen kann? Na gut. Resendis bekennt sich schuldig des Mordes an Dr. Benton. Von nun an hängt der Prozess von einer Frage ab. Ist Resendis böse oder geisteskrank? Seine Verteidigung will beweisen, dass er juristisch gesehen unzurechnungsfähig ist. Wenn es ihnen gelingt, wird er für nicht schuldig erklärt und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dies bedeutet, er könnte sogar eines Tages wieder entlassen werden. Die Strategie der Verteidigung war klar. Der Killer sollte für unzurechnungsfähig erklärt werden. Denn keiner will glauben, dass es normale Menschen gibt, die so etwas tun. Es war also meine größte Sorge, dass die Geschworenen tatsächlich denken könnten, keiner, der bei Sinn ist, kann so etwas machen. Das Ziel der Staatsanwaltschaft, sie will, dass der Mörder für zurechnungsfähig erklärt wird. Und sie will die Todesstrafe. Resendis mit einer lebenslangen Haftstrafe davon kommen zu lassen, war undenkbar. Genau das wollte er. Ich meine, er hätte es genossen, Briefe an Freunde zu schreiben, Interviews zu geben und all das. Er hatte es nicht verdient zu leben, nach dem, was er getan hat. Punkt. Er hat so viel Schmerz, Schaden und Terror angerichtet, dass er einfach... Wir durften ihn nicht davon kommen lassen. Das war das, was der Fokus des Tres. Die Verteidigung beginnt. Es wird das Bild eines geisteskranken Menschen gezeichnet. Die Psychiater bescheinigen Resendis paranoide Schizophrenie, die er sich durch diverse Kopfverletzungen, Drogenmissbrauch und familienbedingte psychische Erkrankungen zugezogen haben soll. Er habe eine wahnhafte Wahrnehmung von der Welt und glaubt, er könne Erdbeben, Überschwemmungen und Explosionen verursachen. Und Gott habe ihm befohlen, seine Opfer zu töten, denn diese Menschen seien böse gewesen. Die Ansichten der Verteidigung basierten auf seinen Gefühlen zur Zeit der Kapitalverbrechen. Wir hingegen mussten beweisen, dass er genau wusste, was er tat und dass es falsch war. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft dran. Sie muss beweisen, dass Resendis nicht unzurechnungsfähig war, sondern ein kaltblütiger Mörder. Um das zu belegen, gehen sie. Seit 1995 ging er dem FBI das erste Mal in Kalifornien ins Netz, denn er wurde damals in der Nähe eines Bahnhofs mit einer Pistole geschnappt. Zu diesem Zeitpunkt verbindet keiner den Mord an Claudia Benton mit dem Angriff auf Holly Dunn und Chris Mayer in Kentucky. Einige Monate später wird erneut jemand ermordet. Dieses Mal in der kleinen Eisenbahnstadt Weimar, Texas, 90 Meilen von Houston. In ihrem Bett werden die Leichen von Pastor Norman Sernick und seiner Frau Karen gefunden. Während sie schliefen, wurden sie mit einem Vorschlaghammer erschlagen. Karen wurde sexuell belästigt. Der Fall wird der Harris County Staatsanwältin Devin Anderson zugeteilt. Sie studierte seine Tatorte und die Abläufe genau. Es ist kein Zufall, dass seine Opfer geschlafen haben, als sie attackiert wurden. Er beobachtete sie, wartete, bis sie eingeschlafen waren, drang in ihr Haus ein und hat sie erschlagen, ehe sie aufwachen konnten. Ich dachte, wir müssen diesen Typen schnappen. Die Claudia Benton wohnten auch Norman und Karen Sernick direkt an den Bandschienen. Die Ermittler glauben nicht an einen Zufall. Nach ähnlichen Verbrechen suchend kontaktieren sie andere Polizeidienstschellen und bekommen sofort einen Anruf aus Kentucky. Die DNS vom Angriff auf Holly Dunn und Chris Meyer stimmt mit der von den Morden in Texas überein. Dies ist ein entscheidender Durchbruch. Mit vier Morden in zwei Bundesstaaten wird den Ermittlern klar, dass sie es mit einem außerordentlich mobilen Serienkiller zu tun haben. Das war der Punkt, an dem wir wussten, diese Person hatte schon getötet und würde auch nicht aufhören. Anhand der DNS, Fingerabdrücke und Täterbeschreibung von Holly Dunn ist die Polizei sicher. Resendis ist der Killer. Er ist sehr gefährlich, sehr gefährlich und sehr gewalttätig. Wir müssen ihn schnappen. Das FBI, die Texas Ranger und die Polizei von Texas gehen mit vereinten Kräften auf die Jagd. Sie vermuten, dass sich Resendis in Güterzügen versteckt hält, um nicht entdeckt zu werden und so nach jedem brutalen Mord zum nächsten reist. Er konnte überall sein. Er konnte in Kanada sein oder warum nicht wieder in Mexiko. Wir hatten keinen blassen Schimmer. Wir hatten berittene Polizei. Wir hatten Hubschrauber in der Luft. Sie haben alle Depots und vorbeifahrende Güterzüge durchsucht. Wenn irgendwelche Leute entdeckt wurden, wurde der Zug auch sofort angehalten. Die Suche nach Resendis ist besonders schwierig, denn er verändert ständig sein Aussehen. Jeder hatte Angst. Die Leute sahen ihn überall. Nur einen Monat nach dem Mord an den Cernics werden 90 Meilen voneinander entfernt zwei Menschen am gleichen Tag getötet. In einer Wohnung in Justenau, den Bandschienen, wird Noemi Dominguez tot aufgefunden. Sie wurde mit einer Kreuzhacke brutal erschlagen. Ihr Killer nimmt ihren Wagen und fährt nach Weimar. Dort tötet er die 73-jährige Josephine Konvitschka mit der gleichen Waffe. Er hat immer weiter getötet. Er hörte nicht auf. Sich mit der Eisenbahn vorzubewegen war genial, denn das kann nicht überwacht werden. Ich meine, es gibt tausende von Zügen und Millionen Meilen von Bahnstrecken in den USA. Nur ein paar Tage später, im tausend Meilen entfernten Illinois, tötet er wieder. Heute geben wir bekannt, dass Rafael Resendis Ramirez jetzt auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher des FBI steht. Es sind nur zwei Jahre vergangen seit dem ersten Mord. Die Ermittler haben immer noch keine Idee, wo sich Resendis befindet oder ob er noch im Lande ist. Damals fühlte ich mich sehr hilflos. Ich dachte immer, wenn man bereit ist, entweder in einem Zug oder im Freien zu schlafen, kann man lange unauffindbar bleiben. Ich glaubte nicht mehr daran, dass wir ihn jemals fassen würden. Doch im Juni 1999 gelingt den Ermittlern ein sensationeller Durchbruch. Resendis hat eine Schwester, die in Amerika lebt. Sie versuchen, sie zu überzeugen, ihn dazu zu bringen, sich zu stellen. Man bietet dem Killer einen Deal an, Familienbesuchsrechte im Gefängnis und eine psychologische Untersuchung. Erstaunlicherweise geht Resendis darauf ein und kommt aus Mexiko, wo er sich versteckt hielt, zurück nach Texas. Dort wird er am 13. Juli verhaftet. Die Entscheidung, sich zu stellen, war freiwillig und der Wunsch seiner Familie. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so erleichtert und werde es wohl nie wieder sein. Gott sei Dank. Als Holly dann die Festnahme ihres Angreifers in den Nachrichten sieht, kehren die Erinnerungen zurück. Es war die reinste Erleichterung für mich, aber ich hatte immer noch Angst. Da er sich gestellt hatte, würde es schließlich bedeuten, ich müsste ihm jetzt wieder gegenübertreten. Bei seiner Festnahme wird Resendis mit sechs Morden in Texas, zwei in Illinois und einem Mord in Kentucky in Verbindung gebracht. Bei der Anklageverlesung im Gerichtssaal von Harris County in Houston, Texas, steht Staatsanwältin Devin Anderson dem Railroad Killer zum ersten Mal gegenüber. Bei der Anklageverlesung im Gerichtssaal von Harris County in Houston.